Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin euer Odo. Wir sind zurück bei Disco Elysium. Das letzte Mal haben wir mit Joyce gesprochen und haben ihr von dem Streik erzählt und sind draufgekommen, dass sie Teil des Boards ist. Was interessantes, außerdem, ist eigentlich der Typ noch oben? Nein, außerdem wird sie den Kampf freigeben ohne, also sie will nicht kämpfen mit den Leuten. Kein Blut vergessen. Und die beiden wieder. Hm, und das Feldgebäude. Ich nehme an, da müssen wir noch rein, weil das ist schon mal angesprochen worden. Hm, hm. So, der alte Feindler hat. Aber, um, die Elektrizität läuft durch die Weisen mit audible Power. Okay. Gibt es eigentlich irgendetwas unter Tag? Nein. Ich nehme mal an, die Deichen wird auch entfernt worden sein. Jep. Dann hat sie weggebracht. Moonshine probably smells like tea. Fermentation. Okay, wir haben eigentlich fast alles durch. Sprechen wir noch mit den Herrschaften da drüben auf der anderen Seite, weil ich glaube, da in der Kirche an sich werden wir nichts mehr finden. Zumindest jetzt erst einmal nicht. Sprechen als erstes mit der Cell. Irgendwas war letztens, wo ich mir noch gedacht habe, da möchte ich noch mal sprechen. Bis bald wir mit den drei Typen reden. Warum hast du meinen Hut nicht auf? Ich werde dir helfen. Mit der Kirche, ich meine. Ich werde dir helfen, okay. Das ist gut. Lass uns wissen, ob es noch weiter geht, bitte. Wir warten hier seit Wochen. Die anderen sagten, dass du in der Kirche fielst. Was hast du da gesehen? Oh, das. Du wirst mir nicht glauben. Lass mich nicht. Es gibt keinen Sinn, in mir zu erzählen. Hm. Hast du noch nicht gesehen, was ich alles sage? Er ist weniger schmerzen, um es zu schmerzen, als die anderen zu schmerzen, als die anderen zu schmerzen. Mal sehen. Geh mal her und erzähl mir. Okay. Ich ging in und sah eine Frau neben einer dieser Maschinen da. Noyd nennt sie eine Hauptframme. Okay. Okay. Ich bin in und sah ... Wenn sie das gestalt hat, dann kämpft. Ja? Ich war das. Ja, ein Banger, als in ein Mess-Gang-Member. Ich weiß, was es so aussieht, aber das ist, was ich gesehen habe. A Gangster-Crabman? Ja, ich glaube nicht. Du warst falsch, ich glaube auch. Warum? Weil ich verrückt bin. Es ist zu Lutigress für eine Liefe. Was würdest du sagen? Strange Dinge passieren. Ich würde gerne wissen, was anderes? Ich würde gerne wissen, was anderes? Ich würde gerne wissen, was anderes? Ich habe nichts zu sagen. Ich würde gerne wissen, was ich wissen? Sie müssen etwas über sie wissen. Natürlich, ich würde. Ich sage einfach nicht die Leute über meine Freunde und wer sie sind und so weiter. Ich habe keine Informationen über sie. Die Polizei. Hm. What about you? Tell me something about yourself. Uh-huh. Okay. Maybe I'll ask later about all this. Me? I'm a silver bird. I don't know what makes you think it will be any different later, but... ... 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